Oh, oh, es ist vollbracht. Der Zinsmarkt ist durch die Unterstützung gefallen. Naja, wollen wir es nicht überdramatisieren. So schlimm ist es jetzt auch noch nicht. Wir sind im groben Weg immer noch an diesem Bereich. Im Kleinen sieht es ein bisschen dramatischer aus. Da sind wir mal kurz drüber, hätte ich fast gesagt, drunter konkreterweise da gefallen. Also zumindest mal auffällig diese Bewegung. Aber vorsichtig, das ist jetzt natürlich noch nicht gleich ein Drama. Dafür ist der Kurs einfach noch dicht genug dran. Außerdem gibt es noch einen Pfeil in Köcher, der vielleicht dann noch sehr, sehr hilfreich werden könnte. Aber dazu gleich nochmal. Also wir sind hier auf der Abwärtsseite unterwegs gewesen. Der Markt, also die Fortsetzung hier in der Bewegung. Und wir hatten mehrfach drüber gesprochen. Immer wenn es wackelig nach oben geht, entspricht das eben für die Abwärtsbewegung. Das hat sich hier jetzt auch bestätigt. Ja, setzt dieses Bild halt einmal mehr eben fort. Jetzt so richtig weit läuft er im Moment aber nicht. Und das ist die Chance, dass der Kurs jetzt vielleicht hier noch bleibt. Und jetzt vielleicht mal mit einem richtigen Impuls nach oben geht. Und nicht, wie wir das hier die ganze Zeit hatten, dass die Aufwärtsbewegung letztlich ja doch immer korrektiv. Im Kleinen aussahen, aber auch im Größeren. Das ist natürlich nicht besonders hilfreich. Also das Zittern, das Bibbern geht sozusagen weiter. Aber wir haben heute Abend einen Termin, den man auf jeden Fall auf der Uhr haben sollte. Und zwar um 19 Uhr ausnahmsweise, weil ja die Amerikaner schon in der Sommerzeit sind. Das heißt, wir haben eine Stunde alles früher. Der Börsenbeginn ist eine Stunde früher. Aber eben auch, wie fett Zinsentscheidung ist eine Stunde früher, nämlich um 19 Uhr. Die Zinsentscheidung per se ist gar nicht so spannend. 0,25 wird erwartet, also unverändert. Das ist eine ziemlich sichere Aussage, denke ich mal. Aber was spannend wird, ist natürlich das begleitende Statement um 19 Uhr beziehungsweise die Economic Projections. Also sprich die Erwartungshaltung, die dann geäußert wird von Seiten des Offenmarktausschusses. Das ist der Federal Open Market Committee, also der Ausschuss, der FED, der sich damit eben beschäftigt. Und dann um 19.30 Uhr die Pressekonferenz, die entsprechend dann vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Frage vielleicht Klarheit bietet, was hier passiert. Zum Beispiel könnte das sein, dass sich die FED doch ein bisschen mehr bekennt, ein bisschen aktiver zu werden, auch Zinspapiere sozusagen aufzukaufen. Wir kennen das ja von der japanischen Notenbank beispielsweise, die im Zweifelsfall gesagt hat, kein Ding. Wir kennen das von der europäischen, die im Notfall, also im Moment sieht es da nicht ganz so dramatisch aus, aber auch durchaus Bereitschaft, das schon mal signalisiert hätte. Also das könnte dann dem Markt dann die entsprechende Unterstützung eben geben. So, aber könnte, hätte es der wäre, das ist das eine. Was macht der Markt aus den jeweiligen Nachrichten? Und da schauen wir mal im Moment weiterhin der Wackel-Pudding-Kurs. Tatsächlich so richtig ist der da noch nicht in irgendeiner Stimmung. Wir sind da ja mehrheitlich jetzt mal im Pause-Modus. Und ihr habt es eben gesehen an den Fibonaccis, die ich da mal eingezeichnet habe. Mich würde es nicht wundern, wenn der Kurs mal ein Stückchen weiter runter geht. Und das wäre auch noch nicht mal Drama. Also wenn ich jetzt so etwas einzeichne beispielsweise, dann weiß ich, dass einige das total unsexy finden. Aber auf der anderen Seite, das ist eine normale technische Reaktion auf so eine Bewegung. Das ist nichts, was wirklich außergewöhnlich ist, dass der Markt mir in einer Aufwärtsbewegung auch mal eine kleine Gegenbewegung macht. Und wir wissen, wenn es so bis 38 geht, ist es ja sowieso noch sehr unauffällig. Das muss jetzt nicht sofort kommen. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang der heutigen Fettssitzung in irgendeiner Form besonders geeignet wäre, dass der Kurs da runterkommt. Aber zumindest mal ist der Schwung aktuell raus. Was ich bis jetzt allerdings sehe, ist noch nicht wirklich ein dichter Hinweis, dass das passiert. Aber wenn ich mir mal hier so den hinteren Teil angucke, ich gucke, ich zoome immer so ein bisschen raus, damit ich mich orientieren kann, wo ich da in etwa bin. Also dieses Tief, das ist das hier. Aber wenn ich diese Bewegung hier mal angucke, muss man schon sagen, dass die Abwehrseite hier schon, also das hintere Teilstück hier ganz schön heftig war. Dann gab es hier etwas, was sehr wackelig nach oben unterwegs ist. Also ich würde sogar sagen, dass dieses Teilstück in der Chance steht, hier zumindest ein bisschen weiter runter zu gehen. Und wir wissen, wie es ist, ist der Anfang mal gemacht, dann gibt es da auch schnell mal eine Fortsetzung. Also ich halte das für sehr, sehr realistisch. Wie lange halte ich sowas für realistisch? Naja, solange der Markt eben nicht nach oben hin richtig Stärke zeigt und dann nach unten schwach ist. Nach oben Stärke? Wieso hat er doch hier gemacht? Ja, aber er war dann nach unten eben nicht schwach, das war es eben nicht, sondern er hat dann nach unten eben ebenfalls Stärke gezeigt. Wenn er jetzt schwach nach oben unterwegs wäre, dann ist das ein Zeichen. Und wenn man hier ein bisschen genauer hinguckt, ich bin jetzt auf Minute, bitte das jetzt nicht super ernst nehmen. Minute ist immer ein gewisses Wagnis, aber ich habe eine Indikation. Und das ist kein stabiles, starkes Bild für jetzt alles auf Long. Nein, im Gegenteil, das sind die typischen Startsituationen für die nächste Richtung. Und die sieht eben selbst beim Dow, der ja eigentlich relativ stabil ist, aktuell nach unten gerichtet aus. Machen wir als Abschluss nochmal den Nasdaq ganz kurz. Der ist ja immer gegenläufig gewesen hier in den letzten Tagen. Also da hatten wir zwar schon die deutliche Abwärtsseite, allerdings läuft er jetzt stark nach oben. Also wir sehen, eine ist immer das schwarze Schaf der Familie, der nicht lächelt, wenn alle sagen, jetzt geht es los hier für das Fotobild. Der Nasdaq, der macht immer ein klein bisschen anders aktuell. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Achtet drauf, wenn wir hier schon so einen Anstieg bekommen, ob wir sowas bekommen. Dann hat man hier vielleicht sogar nochmal so einen Zwischenlog in petto. Also das wäre zumindest dann nochmal etwas, was man im kürzeren Bild beobachten kann. Das im Längeren dann tatsächlich reicht, dass wir uns wohl sehen müssen. So, viel mehr kann ich auch nicht sagen aktuell. Die Märkte uneinheitlich. Das ist eine Situation, die viele nicht so toll finden. Ich mag es auch lieber, wenn die alle eine Sprache sprechen. Für mich ist das häufig dann ein Zeichen. Ja, dann mach halt lieber nichts. Lieber nichts machen als irgendeinen Mist tun. So denke ich dann zumindest. Und deshalb achte ich immer bewusst und besonders drauf, ob ich dieses von mir präferierte Muster eben sehe. Dann schlage ich dann auch tatsächlich los. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Denkt dran, 19 Uhr. Heute ist vielleicht eine spannende Uhrzeit. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen erfolgreichen Handelsstag.